Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin heute in Salzburg und wir stehen gerade an der Salzach. Im Hintergrund sieht man die Burg, das ist die feste Okrom Salzburg. Diese gibt es seit dem 11. Jahrhundert. Davor ist die Universität und die ist 1962 wieder aufgebaut worden. Und schenk also wieder hergerichtet. Da hinten sieht man noch den Salzburger Dom. Den gibt es so wie er da steht seit 1959, weil er im Krieg nämlich bombardiert wurde und in ihm waren auch in seiner Geschichte sechs Brände. Dann sehen wir noch ein bisschen weiter rechts den Mozartsteg. Und den gibt es so seit 1903, bedeutet er hat zwei Weltkriege überstanden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es ist hier, du und ich Musik 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 Also keine Straßenbahn, sondern Busse mit Strom abnehmen. Sieht ziemlich witzig aus. 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 Sieht ziemlich witzig aus.